Manche Menschen sind so arm, das Einzige, was sie besitzen, ist Geld. Und es ist schade, dass man andere Formen des Reichtums in dieser Welt so schlecht zur Schau stellen kann. Es geht dir nur um eine Sache. Bring das Geld von deinem Kunden in deine Tasche. Das ist es. Da fängt so ein bisschen diese moralische Erosion an. Viel wichtiger ist die gesetzlich verankerte Moral, ist die gesellschaftlich verankerte Moral. Das ist für mich die prägendste Szene im ganzen Film. Denn sie zeigt, die Welt belohnt unmoralisches Verhalten. 3, 2, 1 Laut dem Film Wolf of Wall Street gibt es im Aktiengeschäft zwei Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Erstens, man muss sich entspannen können. Was tut man am besten, indem man selber Hand anlegt? Und zweitens, Kokain. Niklas, du bist ja ein Investmentbanker. Das ist ja quasi dein Milieu. Kannst du das bestätigen? Oder warte mal, das war vielleicht ein bisschen zu gerade herausgefragt. Wie kann man das diplomatischer formulieren? Wie realistisch sind die Arbeitsbedingungen im Film, Niklas? Gut. Also, der Film ist etwas überspitzt dargestellt an einigen Stellen. Aber es ist ja oft so, dass eine Überspitztheit einen gewissen Samen an Realität auch mit sich zieht. Und ich würde sagen, ein paar Punkte davon, die findet man in einigen Milieus durchaus wieder. Ob jetzt direkt viermal am Tag Hand angelegt wird und zwei Gramm Substanzen konsumiert werden, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, grundsätzlich ist es schon eine interessante Branche. Sehr schön. Ich freue mich auf den Podcast heute. Absolut. Ja, wir sprechen über Wolf of Wall Street heute. Mal wieder einer meiner Lieblingsfilme. Wieder in den Top 3 wie The Dark Knight. Und ich glaube, wir fangen am besten mal an, so ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Plot nacherzählen, sondern wir suchen uns so ein paar schöne Szenen raus. Wer war überhaupt Jordan Belfort? Ich würde erst mal anfangen. Ich glaube, jeder kennt diesen Traum. Richtig obszönreich werden, eine Rolex für jeden Wochentag, die Modelfreundin und am besten noch eine Superjacht mit Helipad. Und diesen Traum hatte auch Jordan Belfort. Das beruht ja auf einer wahren Geschichte. Den Jordan gibt es wirklich. Und um diesen Traum zu verwirklichen, da zog es ihn an diese eine mythenumrangte Straße, die wie keine andere aus jungen Menschen Millionäre macht, und zwar die Wall Street. Als ich den Film das erste Mal geschaut habe, da war ich so 21 Jahre, gerade ein bisschen verloren im Studium, keine Ahnung, was ich machen wollte. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, der 21-jährige Niklas dachte, das ist eigentlich eine geile Idee, das sollte ich auch tun. Und habe mich da tatsächlich entschieden, Investmentbanker zu werden. Der Film hat mich damals angestachelt darauf. Die Realität war jetzt doch etwas anders, als im Film dargestellt. Die langen Arbeitszeiten waren wahr. Das ganze Lametta drumherum nicht unbedingt. Aber ja, wie fängt Jordan Belfort denn an? Also er macht erst mal seine Lizenz als Börsenmakler bei einem recht renommierten Unternehmen, Rothschild. Und an seinem ersten richtigen Tag fängt er direkt mit der Finanzkrise an, dem Black Monday. Und er verliert quasi seinen Job. Und in der Finanzkrise Börsenmakler zu sein, naja, das ist eher suboptimal. Keiner stellt wen ein. Aber er findet dann eine interessante Nische, wo er irgendwie doch noch mit seinem Verkaufstalent Geld machen kann. Und das sind Penny Stocks. Man kann sich so vorstellen, es gibt Aktien wie Microsoft und Apple. Wenn man da rein investiert, dann weiß man so ungefähr, was passiert. Die werden immer so ein bisschen wachsen und ein bisschen Rendite abwerfen. Da ist jetzt keine große Überraschung drin. Und Penny Stocks, das sind so Kleinstunternehmen. Viel höheres Risikoprofil. Und viel riskanter für die Anleger entsprechend. Aber auch höhere Kommissionen. Und darauf spezialisiert er sich jetzt erst als Angestellter und dann später mit seiner eigenen Firma Stratton Oakmont. Und damit verdient er dann Millionen. Lebt im Luxus. Genießt exzessive Partys und exzessive Substanzen. Und von außen betrachtet ist es vielleicht der ultimative amerikanische Traum. Doch seine Moral verwäscht sich auch immer mehr mit der Zeit. Seine Praktiken werden immer illegaler. Schließlich kommt ihm das FBI auf die Spur. Er kommt ins Gefängnis. Und am Ende, das ist heute tatsächlich auch noch der Fall, wird er Motivationsredner und Sales Trainer. Und hat es irgendwie wieder geschafft, reich zu werden. Aber das nur so ganz kurz als Ablauf der groben Story. Ich glaube, man kann hier vier rausziehen. Und eine der Kernmotive im ganzen Film ist eigentlich so die Macht des Geldes. Da gibt es ein brillantes Zitat zu. Und zwar, wisst ihr, Geld gibt dir nicht nur ein besseres Leben, besseres Essen, bessere Autos. Bessere Weiber. Es macht dich auch zu einem besseren Menschen. Du kannst reichlich an die Kirche oder an einer Partei deiner Wahl spenden. Du kannst den verdammten Tüpfelkauz mit Geld retten. Er macht hier einen ziemlich interessanten Punkt. Geld, heutzutage wird immer so negativ assoziiert. Er verdient viel Geld. Die Reichen sollen stärker besteuert werden. Die Reichen machen die ganze Gesellschaft kaputt und so weiter. Aber streng genommen ist Geld neutral. Das vergessen wir häufig. Und er macht hier den sehr guten Punkt, dass man auch mit Geld sehr viele gute Dinge tun kann. Was ich sehr interessant finde. Denn viele großartige Menschen haben ja auch mit Geld sehr viel Gutes bewirkt. Einen anderen interessanten Punkt, den ich aus der eigenen Erfahrung kenne, ist, dass Geld auch sehr viel Schaden anrichten kann. Viele Menschen meinen, dass jeder mit etwas mehr Geld besser dran wäre. Aber ich würde sagen, dem ist nicht so. Ich habe nämlich aus eigener Erfahrung gesehen, wie Geld deine Persönlichkeit auf bestimmte Weisen entfalten kann, die unglaublich selbstzerstörerisch sind. Geld ist nämlich etwas, was bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in Schach hält oder sie erst rauskommen lässt. Wenn du zum Beispiel ein sehr großzügiger Typ bist, aber nie Geld hast, wird es vielleicht nicht wirklich Geltung finden. Wenn du aber jemand bist, der meint, er sei ein Minimalist und auch kein Geld hat, dann wird nie rauskommen, ob du wirklich ein Minimalist warst. Dann warst du ein Minimalist aus der Not heraus oder aus der Tugend heraus. Dafür musst du ja Geld haben. Vielleicht hast du auch exzessive Neigungen zu bestimmten Substanzen. Das kann aber nur rauskommen, wenn du es dir leisten kannst. Und als ich mein Business auf Bali angefangen hatte, da habe ich mit einem Indonesier mein Exportgeschäft angefangen. Und er und mein Lieferant waren meine beiden Bezugspersonen. Mein Lieferant hat ziemlich viel Geld damit verdient, kam von ganz unten und ist jetzt relativ religiös geworden. Hat aufgehört zu trinken, hat aufgehört zu rauchen, spendet sehr viel Geld an die Moschee und ist stolz darauf, dass er sehr vielen Menschen Nahrung gibt jeden Monat. Und hat also sehr viel Gutes mit dem Geld angefangen. Unser Exporteur hat sich zu Tolo gesoffen. Das ist eine wahre Geschichte. Der hatte ein Familienunternehmen, hat uns als Kunden bekommen, ist von ein paar hundert Euro im Monat zu mehrere tausend Euro im Monat bekommen. Hat angefangen sehr viel zu trinken, hat angefangen abends immer in Karaoke-Bars zu gehen, was in Südostasien immer mit Prostitution verbunden ist und war da Jahre später tot. Hat sich mit seiner Familie zerstritten, hat ein Einzelunternehmen aufgemacht, weil er uns als Kunden alleine haben wollte, hat sich komplett mit denen zerstritten und hat sich zu Tode gesoffen. Wow. Ja und natürlich, als das Ganze ist jetzt schon ein bisschen her, aber als es passiert ist, habe ich mich natürlich auch gefragt, welche Rolle habe ich denn daran gehabt? Geld ist nicht immer gut. Es gibt ja auch viele Statistiken, die zeigen, dass die meisten Drogenjunkies, die auf Staatsgelder angewiesen sind, am Anfang des Monats sterben. Ja, macht Sinn. Es ist jetzt auch nicht schwer herzuleiten. Warum? Klar, manche Menschen, wenn die Geld bekommen, die können nicht damit umgehen. Das ist auch etwas, was wir oft nicht auf dem Schirm haben. Mehr Geld ist nicht für jeden unbedingt gut. Ja, Geld in diesem Sinne, da schwingt ja eine gewisse Freiheit mit. Und diese Freiheit, die muss natürlich verantwortungsvoll genutzt werden. Also unendlich viel Freiheit, wenn man sich vorstellt, dass das kleine Kind, was in den Süßigkeitenladen rennt, ist es vielleicht nicht besonders zielführend für seine Gesundheit. Und gerade bei Geld, wenn jetzt auch Substanzen im Spiel sind, wenn auch Entscheidungen der Moral im Spiel sind, ja, da muss man schon ein gewisser Typ für sein. Und ich glaube auch gerade, es wird nochmal verstärkt, wenn man schnell an Geld kommt. Wenn man sich so langsam erarbeitet, dann weiß man, was dahinter steht, dann weiß man eher, was man zu verlieren hat auch. Ich glaube, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Kryptomillionär übernachtet oder so, dann ist das Risiko nochmal deutlich mehr, deutlich verstärkt. Definitiv, definitiv. Geld ist nicht immer unbedingt was Gutes. Und ich glaube, das ist jetzt eine psychologische Beobachtung, die ich nicht empirisch, die ich nicht belegen kann, aber die ich meine, in meinem eigenen Leben gesehen zu haben. Ich glaube, viele Menschen unterbewusst sabotieren sich selbst. Und ich glaube, dass man vielleicht unterbewusst weiß, dass man nicht immer umgehen könnte, also mit Geld, mit Macht. Und ja, soviel zu Geld. Und John Balford ist ein gutes Beispiel für eine Person, die nicht damit umgehen kann. Er verkauft ja, wie du sagst, Penny Stocks. Genau. Vielleicht magst du mal erklären, was Penny Stocks sind. Ja, also generell kann man als Firma ja Geld bekommen, indem man so seine Anteile ein bisschen an die Allgemeinheit verkauft. Und dann gibt es da, wie gesagt, so große Firmen wie Microsoft und Apple, die das an den großen Börsen machen, wie der New York Stock Exchange. Aber dann gibt es auch viele von diesen Kleinstunternehmen. Und das sind wirklich, im Film wird es auch so dargestellt, diese Garagen, wo irgendwas entwickelt wird. Und die wollen irgendwie auch an Geld rankommen. Aber es ist natürlich viel schwieriger. Keiner kennt diese Firma wirklich. Die haben vielleicht gerade erst nur eine Idee, haben noch kein Patent, nichts. Und um mit diesen Firmen Geld zu machen, werden die auf sogenannten Pink Sheets gehandelt. Und quasi letzten Endes Zettel, wo draufsteht, wie viele Aktien gibt es denn davon, was sind die wert, wie viel Anteil kriegt man dafür. Und genau die verkauft Jordan Balford dann. Und an wen verkauft er die? Naja, an Leute, die er relativ leicht überzeugen kann. Das sind Bauarbeiter, normale so Arbeiter, sage ich mal, die jetzt auch kein großes Finanzverständnis haben. Und genau denen verkauft er da so ein bisschen das Blaue vom Himmel, die Vision. Ah, wir haben hier eine neue Firma. Das ist das Beste, was ich seit Monaten gesehen habe. Also die machen hier Next Level Biotechnology und du kannst es sowohl für die Regierung nutzen, als auch für den Privatsektor. Und jetzt gerade, jetzt gerade ist der Aktienpreis so niedrig. Wenn du nur 4.000 Euro reinsteckst, du kriegst 40.000 Shares. Also ich denke mal, das kann sich locker verzehnfachen. Und mit solchen Überzeugungstaktiken fängt er dann seine luminöse Karriere an. Ich musste so schmunzeln, als ich das das erste Mal gesehen hatte. Denn ich habe ja damals im Callcenter in Vancouver gearbeitet, ein Jahr lang. Und wir haben Lotto-Tickets verkauft. Und ich war ein 19-jähriger Typ, der gerade ein Abitur abgeschlossen hatte. Und die haben da mit sehr großen Provisionen gelockt. Und die Parallelen zu Wolf of Wallstreet sind unglaublich. Und da kommt eine sehr interessante Frage, eine sehr interessante moralische Frage ins Spiel. Nämlich, wie viel Manipulation in der Kommunikation ist ethisch? Und auch vertretbar. Und auch als Verkaufstaktik akzeptabel. Und wo geht es zu weit? Und ich kann dir mal ein paar Verkaufstaktiken aus dem Callcenter vorstellen. Und du kannst mir sagen, ob du das ethisch findest oder nicht. Okay, ich bin gespannt. Und wir haben eine Regel im Callcenter. Du darfst nicht lügen. Okay. Aber, weil die Gespräche wurden ja aufgenommen. Aber du darfst die Wahrheit biegen. Und zwar ganz schön. Okay. Interessante Distinktion erstmal. Ja, aber die haben alle gelogen ohne Ende. Aber finde ich. Aber gut. Erste Sache. Dekorum. Die Sprache des Gegenübersprechen. Das lernst du relativ schnell. Ich meine, wir haben am Tag 600 Anrufe gemacht. Und du hast vielleicht mit 50 bis 100 Leuten gesprochen. Du wirst also unglaublich krass dafür geschult, wie man mit Leuten zu sprechen hat. Wenn also Tante Emma ans Telefon geht und du willst dir ein Lotto-Ticket verkaufen, dann sagst du, es ist hier was unglaublich Schönes reingeflattert. Es macht super viel Spaß. Die ganzen Leute kaufen es gerade. Könnte echt durch die Decke gehen. Und vielleicht kannst du deinem Sohn dann endlich dein Studium finanzieren. Ich habe hier drei Tickets für dich zurückgelegt. Hast du Lust mitzumachen bei diesem tollen Spiel? Diese Sprache versteht Tante Emma. Wir haben aber auch viele Anwälte gehabt. und Bankers und Gambler allgemein, aber die sehr viel Geld hatten und auch richtige Kapitalisten waren. Und da hast du nicht gesagt, ich habe hier ein spaßiges Spiel bekommen. Da hast du gesagt, mir ist gerade ein sehr interessantes Investment auf den Tisch gekommen. Sehr hoher ROI. Bei einem Lotto-Ticket. Bei einem Lotto-Ticket. Überdurchschnittlich hoher ROI und so weiter. Du hast also deine Sprache komplett angepasst. Ist das schon eine shady Verkaufstaktik, die erlaubt ist oder geht das zu weit? Ich finde es eigentlich noch okay, ehrlich gesagt. Ich meine, tun mir das nicht alle, wenn du auf einem Date bist. Passt du da nicht deine Sprache auch an dein Gegenüber an, zum gewissen Grad? Automatisch, also nicht nur auf einem Date generell. Also in fast jeder Interaktion. Ich merke das immer, je nachdem, mit wem ich spreche, da passt sich auch meine ganze Art. Die ganze Körpersprache, der Tonfall. Unterbewusst auch. Das ist ja nicht mal mit Absicht. Genau, im Callcenter passiert es schon mit Absicht. Aber die meisten Leute würden da noch sagen, gut, Dekorum, Sprache, das Gegenübersprechen, die richtigen Worte, um dein Gegenüber zu überzeugen. Ich weiß ja auch, wie ich meine Bros überzeuge, feiern zu gehen. Worauf die anspringen. Ist das Manipulation? Klar. Ist das erlaubt? Ich denke schon. Aber gut, man kann sich drüber streiten. Nächste Sache. Dringlichkeit. Ich habe zum Beispiel manchmal irgendwo angerufen und gesagt, hey, wir haben nur noch drei da. Und ich konnte die gerade sichern. Und ich kann die nur so lange sichern, solange du in der Strippe bist. Danach werden die zum Verkauf freigegeben und ja, die sind dann sofort weg. Aber wie sieht es aus? Wollen wir es machen? Das ist natürlich der größte Quatsch. Das sind Lotto-Tickets. Die kannst du ja nicht viele kaufen. Aber ich meine, wer hat das nicht beim Handyverkäufer schon erlebt? Ich gehe mal kurz raus und trinke einen Kaffee. Uh, also wie lange brauchen sie? Also 30 Minuten kann ich das zurücklegen. Danach muss ich das leider zum Verkauf freigeben. Und die sind ganz scharf. Das ist halt eine stinknormale Verkaufstaktik. Ist das erlaubt? Ja, ich glaube, hier kommen wir langsam auf diese Gratwanderung, wo es schon manipulativ wird. Auf der anderen Seite ist es im Markt dermaßen akzeptiert. Das ist ja in jedem Einzelnen, selbst online, selbst wenn du online irgendwo bist, packst was in den Warenkorb und dann fängt so eine Uhr an zu laufen. Nur noch eins auf Lager, ja, ja, genau, genau. In so einem Dropship-Laden wahrscheinlich. Genau, genau. Das waren auch die einfachen Sachen. Dann kamen so ein paar High-Level-Sachen hinzu. Leute haben oft deine Autorität in Frage gestellt, wenn du telefoniert hast. Ich meine, du rufst sie aus dem heiteren Himmel an und musst ihnen gleich die Kreditkarte abluchsen und willst ihnen 100 Euro Schrott verkaufen. Im Grunde über das Telefon. Sie bekommen eine E-Mail-Bestätigung. Und sobald deine Ohren dafür geschärft waren, dass Leute deine Autorität in Frage stellen, hast du bestimmte Verkaufstaktiken verwendet, um diese Autorität wieder bei dir zu etablieren. Wenn also jemand gesagt hat, naja, woher kommen sie nochmal? Also ich habe noch nie von dieser Lotto-Börse gehört und wo haben sie meine Nummer und sowas. Dann hat man meistens gekontert, aber dann hast du zwischendurch sowas gesagt wie, nicht jetzt, Susanne, legst du auf meinen Schreibtisch, ich rufe zurück. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, ich rufe von der und der Firma an und bla bla bla. Aber dieser eine Satz wirkt Wunder, weil sie haben jetzt ein Bild von dir, wie du dann in deinem großen Büro, deinem Mahagoni-Schreibtisch, wie man ganz Vancouver schaust und deine Assistentin dir auf den Sack geht, aber du dir die Zeit nimmst für diesen Kunden. Und eigentlich sitzt du wahrscheinlich in so einer kleinen Box. mit 600 Leuten in so einer riesigen Halle. Ich meine, ist das jetzt gelogen? Habe ich da die Wahrheit zu hart gebogen? Es funktioniert. Deswegen bringt man solche Sprüche. Ja, klar. Deswegen machst du das. Ist das zu weit gegangen? Ich glaube, jetzt haben wir die Grenze überschritten. Also ich finde es jetzt noch nicht wahnsinnig schlimm, aber ich würde sagen, da fängt eine Lüge schon an. Okay, dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Wir haben auch sehr viel Reverse Psychology verwendet. Und gerade wenn du die Kreditkarte am Anfang anfragst, übers Telefon, oft legen Leute einfach nur auf. Ja, hallo, ich bräuchte dir einmal die Kreditkartennummer. Manchmal geben sie dir noch und dann sagst du, und hinten die Sicherheitsnummer. Und da geht eine Warnlampe an. Sicherheitsnummer, wer bist du? Und manchmal kommen Rückfragen wie, woher weiß ich, dass sie mich nicht abzocken? Oder wo haben sie meine Nummer? Und manchmal legen die einfach auf. Und deswegen haben nur Anfänger nach der Kreditkartennummer gefragt und nach der Sicherheitsnummer. So wirst du es nie formulieren. Was wir gesagt haben, war sowas wie, sobald es dann um die Kreditkarte ging, ich muss jetzt verifizieren, dass es auch ihre Kreditkarte ist. Wir arbeiten nämlich direkt mit Mastercard zusammen. Ich brauche dafür die vier letzten Ziffern. Dann sagen die 4, 6, 3, 9. Ja, das System hat es akzeptiert und jetzt die ersten zwölf, bitte. Okay, das ist totaler Quatsch. Die hast du aber eingegeben. So, und ich muss jetzt auch verifizieren, dass die Karte auch wirklich physisch vor sich haben. Ja, habe ich. Alles klar. Ich muss sie auch darauf aufmerksam machen, dass wenn es nicht ihre Karte ist, sie sie strafbar machen gerade. Ja, das ist meine Karte. Das ist wirklich meine Karte. Alles klar. Drehen sie einmal rum und verifizieren das einmal mit der dreistelligen Zahl. 9, 6, 3. Super. Hat funktioniert. Dankeschön. Dann leite ich das gleich in unsere Finanzabteilung weiter. Wow. Es ist ein ganz anderer Sales-Pitch. Ja. Statt, hallo, können Sie einmal Ihre Kreditkarte aus dem Portemonnaie holen und mir die ganzen Nummern da geben, damit ich hier Geld abluchsen kann. Das funktioniert so nicht. Das hat auch Wunder gewirkt. Das lernst du mit der Zeit. Und wir haben das in dieser Variante natürlich immer wieder runtergespielt. Und du wirst irgendwann unglaublich gut. Du kannst auf Autopilot telefonieren. Und, ja, ich meine, geht das zu weit mit der Karte? Ich meine, am Ende des Tages, ob du mir die Nummer gibst oder ob ich anders nach der Nummer frage. Ich meine, ist das wirklich so verwerflich? Ja. Also, klar, das ist wahrscheinlich streng genommen nicht illegal. Aber, boah, ich frage mal so rum. Wenn jemand anruft bei deiner Mutter und macht das. Dötchen. Das ist die Kurzfassung. Damit hast du, glaube ich, meine Frage verantwortet. Wir hatten noch einen, den werde ich nie vergessen. Der hieß Jeremiah. Und der war auch schon länger da. Und der, das war der Schleimigste von allen. Er hat irgendwann angerufen. Hallo, ich heiße Jeremiah. Wie in der Bibel. Das war sein erster Satz immer. Und da meinte er immer bei seinen Bestandskunden. So, ich habe gerade den CEO abgefangen. Er ist nämlich gerade mit dem Heli auf dem Dach gelandet. Er hat dort einen kleinen Koffer dabei. Und in diesem Koffer sind 25 Tickets vom spanischen El Gordo. Und ich habe drei davon sichern können. Eigentlich ist das nur für Mitglieder, die schon seit drei Jahren dabei sind. Aber sie haben die letzten Spiele nicht gewonnen. Ähm, ich muss wieder was gut machen. Aber ich habe auch eine schlechte Nachricht. Die kommen mit einer Bedingung. Und das ist eine Bedingung, die steht hier nirgends in der Geschäftspolitik. Aber das ist ein Gentleman's Agreement. Was denn? Wenn Sie sagen, wir 25 Millionen, was jetzt nicht viel ist, beim spanischen El Gordo gewinnen, dann dürfen Sie mich nicht vergessen. Verstehen Sie? Warum, wie meinen Sie das denn? Ich möchte, dass Sie mir dann einen Ferrari kaufen. Ich habe nämlich viele Kunden, die gewinnen, große Summen. Und dann kennen Sie mich nicht mehr. Machen Sie es bitte besser. Äh, natürlich kaufe ich jedenfalls, wenn ich 25 Millionen gewinne, natürlich, ich kaufe dir zwei voraus. Ja, das sagen Sie jetzt. Das sagen Sie jetzt. Aber dann vergessen Sie alle den guten alten Jeremiah. Jedenfalls, ich habe hier drei sichern können. Und ich werde sie direkt auf ihr Konto buchen. Boom, fertig. Ähm, ja. Und es ist so unglaublich manipulativ. Na, ich bin ja auch keine Mutter Theresa. Ich habe die ja auch gesichert, weil ich ja auch will, dass sie den Gewinn jetzt langsam einfahren. Aber ja, ich verspreche mir ja auch was davon. Ich darf das gar nicht, Unternehmenspolitik, Sie danach fragen. Aber bitte vergessen Sie mich nicht, ja. Es ist so unglaublich manipulativ. Ja. Aber es wirkt natürlich unglaublich gut für so einen Zocker. Ja klar, ich meine, jetzt hast du es schon im Kopf. Du hast die 25 Millionen und er dreht das Ganze um. Kauf du mir nachher einen Ferrari. Du kannst noch großzügig sein. Und es hat funktioniert. Er saß neben mir die ganze Zeit. Und ich habe immer zugehört und dachte, was für ein verlogener Hund. Jeremiah wie in der Bibel. Ich habe diesen Satz hundertmal am Tag gehört. Interessanterweise bin ich dann nach Hause gegangen, zu meinem Dad, Weihnachten. Er hat mir erzählt, dass sie im Kreuz hinterarbeiten. Er hat mir davon erzählt. Und mein Dad, sein Blick, das war der Steppenwolf-Blick. Der hat mich einfach nur angeschaut und meinte, du widerst mich an. Und ich meinte dann zu ihm, Dad, aber ja, ich meine, guck mal, das ist ja Verkauf. Am Ende des Tages sind eh Zocker, die werden eh zocken. Ob ich ihnen jetzt ein bisschen Geld abnehme oder andere. Und mein Dad meinte, du, hör da am besten auf, okay. Also das färbt nicht auf eine schöne Art und Weise auf deine Seele ab. Aber das Interessante, was ich da beobachtet habe, ist, du fängst an, das Ganze zu rationalisieren. Deine Baselines verschieben sich, denn du wirst auf Provisionsbasis bezahlt. Du rufst jede Woche bei neuen Kunden an und auch bei Bestandskunden. Und jedes Mal, wenn du da anrufst und sagst, yo, wie immer 100 Euro, dann sagen die, ja, dann kriegst du davon 10 Prozent. Dann rufst du nächstes Mal, heute 300 Euro. Wir haben hier was ganz Besonderes. Ich schnühe in dein ganz besonderes Paket zusammen. Und jedes Mal verschiebt sich die Baseline und du hast jetzt ein Monatsgehalt von ein paar Tausend Euro und planst jetzt neue Dinge zu kaufen. Du musst natürlich denen jede Woche das Gleiche verkaufen oder was Neues. Also wirst du immer unethisch. Aber manchmal willst du ja auch selber einen guten Payday geben. Also schlägst du überall ein bisschen weiter aus. Und das findest du auch nicht mehr schlimm. Und dann habe ich irgendwann verstanden, wie du zu Jeremiah wirst, wenn du da jahrelang arbeitest. Jegliche Baselines gibt es nicht mehr. Alles ist quasi legal. Wahrscheinlich weißt du ja nicht mehr Jeremiah. Jedenfalls, das Interessante ist, alles wurde irgendwann erlaubt. Und ich habe Jeremiah einmal gefragt, ob er das schlimm findet, dass er lügt. Und er meinte, lügt? Wieso lüge ich? Und ich meinte, der CEO ist nicht gerade mit dem Haley auf dem Dach gelandet. Er meinte so, ach na ja, komm. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kannst du das eigentlich mit deinem Gewissen vereinbaren? Und er hat was Interessantes gesagt. Er meinte, Walter, siehst du, was er für ein Verkäufer war? Er meinte, Walter, diese Menschen, die haben überhaupt keine Chance, jemals reich zu werden. Wie soll diese alte Omi jemals an Geld kommen? Aber sie würde auch gerne ihren Kindern oder ihren Enkelkindern was Schönes schenken. Und ich biete ihr dafür die einzige Möglichkeit an. Und einige Leute werden gewinnen. Nicht viele, aber einige werden gewinnen. Und dann werden sie mir dankbar sein, weil ich ihnen die Möglichkeit gebe, diesen Traum tatsächlich zu erfüllen. Ja, zugegebenermaßen ist es nicht die größte Möglichkeit, aber andere geben sie ihn nicht. Also geh du mich mal im Arsch lecken. Fand ich eine ziemlich interessante Rationalisierung. Sehr, sehr starke Rationalisierung. Er hat sich selbst verkauft. Ich fand es überzeugt. Er hat einen Punkt und so geht er abends ganz gut schlafen. Aber die interessante Frage hier moralisch lautet, wann geht es zu weit? Und wie willst du diese Grenzen definieren? Und wenn du einmal in diesem Subkontext bist, dann verschwinden alle Grenzen. Das heißt, wenn wir von außen drauf schauen und sagen, Mensch, hör doch mal auf, hier die Leute abzuziehen. Naja, die haben ja auch ihre Familie. Die haben auch sich an ein gewisses Gehalt gewöhnt. Die sehen das nicht so. Und John Belfort ist das perfekte Beispiel in Wolf of Wall Street. Jegliche Skrupe verschwinden auch bei ihm. Das interessiert ihn überhaupt nicht, ob er da Leuten das Geld aus der Tasche zockt, für irgendwelche Penny Stocks, die komplett nichtsnützig sind. Da finde ich für ein Lotto-Ticket fast besser. Das sind ja im Grunde Lotto-Tickets, die er verkauft. Im Grunde genommen schon, ja. Das ist sehr ähnlich. Ja, ich muss an diese Fragen denken und ich komme da selber zu keiner eindeutigen Antwort. Denn wie willst du überhaupt die Grenzen? Wo ziehst du die Linie im Sand? Ab wann fängt Manipulation an? Und dann kommt es darauf an, wen fragst du? Und dann wird es noch komplizierter, weil man mit der Intention sogar argumentieren kann. Wenn ich mein kleines Kind manipuliere, ins Wasser zu gehen, weil er Angst vor dem Wasser hat. Ist das okay? Naja, ich kann es ja mit der Intention legitimieren, dass ich ihm über die Welt zeigen möchte und man ab und zu auch dem Kind einen kleinen Arschtritt geben muss. Und ich meine, die Leute im Kreuzenthal werden dir sagen, dass ihre Intention gut dabei war, weil sie den Leuten einen Traum verkaufen, reich zu werden und sie sonst überhaupt keine Möglichkeit dafür haben. Wie willst du sagen, dass deine Intention besser ist? Ich meine, wir sind uns alle einig, dass ein Vater, der seinem Kind irgendwas nahe bringen möchte und ihn dafür ein bisschen manipuliert, dass das vielleicht okay ist, solange es aus Liebe heraus geschieht. Aber die Leute im Kreuzenthal werden das genauso sehen, weil ihr Gehalt davon abhängt. Ja, die Moral ist da unglaublich. Es ist sehr wechselhaft. Also was auch interessant ist, ich habe mir mal angeschaut, Jordan Belfort hat auch einen Sales-Kurs mal rausgebracht. Und ich habe da mal reingeguckt und er fängt an, ganz am Anfang, dieses ganze Verkaufen in sehr positives Licht zurück. Er hat gesagt, gar nichts auf dieser Welt passiert ohne Verkaufen. Ihr müsst sofort aus diesem Mindset rauskommen, dass irgendwas, was ihr hier tut, schlecht ist. Und jedes Verkaufsgespräch fängt mit einem Nein an. Hier geht es los. Da hört es nicht auf, da fängt es an. Also er ist jetzt immer noch, auch nach den Jahren, weil er da drin war, immer noch genau in dieser Bubble drin. Und man kann es auch irgendwo verstehen. Er bringt es schon überzeugend rüber. Und man kann es ja auch argumentieren, dass ohne Verkaufen nicht viel passiert auf der Welt. Ja, ich meine, man kann sagen, Verkaufen ist nichts anderes, es ist Manipulation. Und jede Form von Kommunikation steckt voller Manipulation. Also wo ist das Problem? Aber ja, es ist ein moralisches Problem. Ja. Weil irgendwo geht es zu weit, aber jeder definiert die Linie woanders. Und ja, ich finde, das wird sehr, sehr gut bei diesem Film, klar. Im Callcenter. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass sich die Grenzen verschieben. Und dass wir, was man als Außenseiter, als Monster bezeichnet, ist, wenn du diesen Subkontext verstehst, überhaupt nicht schlimm. Ja. Genau. Kleiner Ausflug am Rande. Ja, ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung, weil eine Szene, die ich so interessant fand, war dieser Börsengang von Steve Madden. Und das ist eigentlich, wenn man sich jetzt diese Reise anschaut, wo wir gerade auch ein bisschen darauf eingegangen sind, diese verschiedenen Punkte, wann ist etwas legal, war das, glaube ich, so der Höhepunkt. Weil es fing ja an, er kommt noch so zu Rothschild, diesem relativ guten Broker am Anfang, und hat da sein erstes Abendessen oder Mittagessen mit seinem Mentor. Er sagt noch so, kommt er mit blauen Augen reise. Oh, ihr habt so tolle Kunden hier und die Firma ist so beeindruckt und sein Gegenüber, Mark Henner, Matthew McConaughey, sagt, scheiß auf die Kunden. Es geht dir nur um eine Sache, bring das Geld von deinem Kunden in deine Tasche. Das ist es. Da fängt so ein bisschen diese moralische Erosion an. Später, als er dann diese Penny Stocks verkauft, da fragt ihn seine Frau auch, du, das sind doch ziemlich schlechte Unternehmen, oder? Diese Leute, die können sich das doch nicht leisten und die werden doch ihr Geld verlieren. Und da fängt er schon an, so ein bisschen zu rumzudrucksen, ja, du, mal gewinnt man, mal verliert man, mal isst man Hund, mal isst man Hydrant, kann man nichts machen. Und schließlich fängt es dann auch wirklich an, illegal zu werden. Bis dahin ist eigentlich noch alles, was er macht, legal. Dann fängt er an, mit Red Holes zu arbeiten. Was das heißt, ist letzten Endes, wenn du ein Broker bist, darfst du eine bestimmte Anzahl an Aktien halten, damit du halt nicht inzentiviert wirst, die zu manipulieren. Und was er gemacht hat, er hat so ein paar Freunde gehabt, die sie für ihn in seinen Namen gekauft haben und hintenrum hat er eigentlich viel mehr gehabt. Und beim Steve Madden IPO, da hat die Firma Stratton Oakmont dann eine große Rolle gespielt und er hat sich auch wieder vorher ganz viele Aktien gekauft, die dann mit seinen Verkaufstechniken total in die Höhe getrieben und als sie dann oben waren, hat er seine Aktien verkauft und die ganzen Anleger, denen er es so hoch versprochen hat, die haben viel Geld verloren. Und da habe ich mich gefragt, auch wenn er hier jetzt schon öfter mal die gesetzliche Grenze überschritten hat, es gibt auch sehr viele Beispiele in der Geschichte, zum Beispiel die Finanzkrise, wo streng genommen kein Gesetz gebrochen wurde oder sehr oft kein Gesetz gebrochen wurde, wo aber trotzdem sehr viele Leute massiv zu Schaden gekommen sind, die nichts damit zu tun hatten. Reicht es also, wenn man sich so an die gesetzlich verankerte Moral hält? Viel wichtiger ist die gesetzlich verankerte Moral ist die gesellschaftlich verankerte Moral. Ich meine, du kannst gesetzlich nur bedingt Moral festhalten. Deswegen sind ja auch Gesetzbote Bücher so schrecklich geschrieben. Die wollen alle Wenn und Aber ausklammern, aber das kannst du nicht. Leute finden immer noch die Grauzonen, weil es so schwer ist, Moral für jede erdenkliche Situation zu diktieren. Die einzige Lösung, die ich da sehe, ist eine Grundethik in der Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn die Moral nicht überall perfekt festgehalten wurde, da kann man sich trotzdem darauf verlassen, dass die Leute die Gesetze nicht zu stark zu ihren Gunsten biegen werden. Und da muss ich sagen, die Deutschen haben meines Erachtens eine unglaublich gute Grundethik. Ich war ja in 65 Ländern, habe 20 Jahre im Ausland gelebt und weiß es jetzt erst zu schätzen. Die Deutschen haben grundsätzlich eine echt gute Grundwerte, gute Grundprinzipien. Und ich meine, es kommt durch das christliche Fundament, das sehr starke christliche Fundament. Aber durch den symbolischen Tod Gottes, im nietzscheanischen Sinne, habe ich das Gefühl, dass die Werte immer mehr verschwinden. Und da lautet natürlich die Frage, was macht man als Gesellschaft dagegen? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort, laut Nietzsche, wir müssen selber zu Übermenschen werden und unsere eigenen Werte und Ideale schaffen. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Aber wenn wir es nicht tun, wird die ganze Welt auseinanderfallen. Und die einzige Art, oder man erkennt es ganz gut daran, dass viele Menschen handeln innerhalb der Gesetze und sind trotzdem unglaublich unmoralisch. Und dieses Problem kannst du nicht mit strengeren Gesetzen lösen, weil es immer Grauzonen geben wird. Dafür brauchst du auch diese Grundethik. Und das ist für mich die einzige Antwort auf die Frage, wie kriegst du das gesellschaftlich langfristig hin? Die Menschen müssen grundsätzlich souveräne, moralische Individuen sein. Dann sind die Gesetze auch nicht ganz so wichtig. Interessant. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie man dieses Problem lösen kann. Bin zu einem bisschen anderen Schluss gekommen. Weil ich glaube, diese Grundethik, gebe ich dir recht, das wäre die ideale Lösung. Aber auch da ist das Problem, was ist, wenn du so ein paar Leute hast, denen es einfach egal ist? So das typische Beispiel, den Soziopath, den Psychopathen, den das einfach null juckt. Und von denen ist ja immer irgendwie zwei, drei, vier Prozent, weiß nicht genau, wie viel in jeder Gesellschaft gibt. Und welches Beispiel ich da schön fand, ist, weißt du, wie der Premierminister von Singapur bezahlt wird? Der hat natürlich auch irgendwie eine Basisgehalt. Aber der größte Teil von seinem Bonus ist daran gekoppelt, wie gut es der Allgemeinheit geht. Und der wird nach vier Faktoren da inzentiviert. Das ist einmal Arbeitslosenquote, Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt und dann noch irgendwie das durchschnittliche Einkommen aller Singapurianer und das durchschnittliche Einkommen der unteren 20 Prozent. Also ganz klare Ausrichtung auch auf diese Problemgruppen. Und wenn ich mir das anschaue, was ist denn in der Finanzkrise, warum ist das so schief gegangen? Naja, da haben Leute eigentlich gezockt, der Durchschnittsbürger wurde total dafür verletzt und dann wurden die noch gerettet vom Durchschnittsbürger, vom Steuerzahler, als die Banken da ausgebailt wurden. Und wenn man da die Anreizsysteme viel stärker verlinkt mit gesellschaftlicher Moral, ich glaube, dann kommt man auf einen Modus operandi, der auch durchsetzbar ist. Weil ohne diese Anreizsysteme wird es immer Leute geben, die das System quasi überlisten und einfach nur sich selbst optigen. Ich bin voll bei dir. Das ist eine sehr gute, praktische Antwort. Richtige Anreizsysteme schaffen. Aber trotz richtiger Anreizsysteme wird es auch immer Anreizsysteme geben, Anreizsysteme auszunutzen auf unmoralische Art und Weise. Ich meine, du kannst ja auch als Premier von Singapur den, ich kenne die ganzen Restriktionen nicht, aber ganz blöd gesprochen, den untersten 20 Prozent ein bisschen mehr Geld geben, damit du auf dem Papier irgendeine Quota erreichst und dann selber mehr Geld bekommst. Und dabei hast du das eigentliche Problem gar nicht gelöst. Du hast nur die Heuristik gefälscht, womit das Problem erfasst wurde. Ja, ja, da muss man sehr aufpassen. Deswegen sage ich ja, ich bin voll für die Anreizsysteme, wir haben einen ganzen Podcast dazu gemacht, aber grundsätzlich meine ich, dass auch da es darauf ankommt, dass der Premier in dem Fall einen eigenen, starken Wertekodex in sich trägt. Ja, das muss eigentlich immer der Grundsatz von all diesem Problem sein. Genau, dass man selber einen guten Moralkodex hat und dass das Ganze auch noch durch Anreizsysteme belohnt wird. Genau. Das ist, glaube ich, die optimale Lösung. Genau. Ja. Sehr gut, dann gibt es noch eine weitere Szene, die ich interessant finde, denn er macht ja immer mehr illegale Sachen und naja, das FBI kriegt auch davon mit und es fängt jetzt an, so eine Ermittlung gegen ihn loszutreten. Die Leute bewachen ihn, überwachen ihn, sein Telefon wird abgehört und irgendwann kommt sein Anwalt auf ihn zu und sagt ihm, du, ich habe hier was rausgehandelt mit dem SEC und dem FBI, das sind diese ganzen Behörden. Wir können dich hier jetzt rausholen. Du gibst einfach zu, dass du so ein bisschen was falsch gemacht hast. Du hast ein bisschen Aktien manipuliert, du hast ein bisschen zu aggressiv verkauft, zahlst ein paar Millionen Strafe, musst dann auch von Stratton Oakman, von deiner Firma, zurücktreten, aber eigentlich behältst du alles. Du hast immer noch deine 100 Millionen, du hast das geilste Leben, du hast deine Frau, deine Häuser, deine Yacht. Eigentlich gewinnst du in diesem Fall. Der überlegt kurz und denkt sich so, naja, irgendwie stimmt das ja schon. Also sollte ich wahrscheinlich wirklich machen. Tritt dann vor seine Leute, vor seine ganzen Mitarbeiter, hält so eine Rede und während er die Rede hält, sagt er eigentlich, naja, ich habe euch eigentlich immer beigebracht, nehmt niemals ein Nein an. Was ich hier gerade mache, ist, ich nehme ein Nein an. Wisst ihr was? Ich gehe doch nicht, ich bleibe hier. Und das fand ich so interessant, denn wir müssen noch mal überlegen, wo kam er denn ursprünglich her? Er war dieser Typ, der unbedingt reich werden wollte, der dieses ganze, dieses Leben haben wollte. Jetzt hat er das Leben und er hat es die Chance, es sogar zu sichern und irgendwas in ihm stellt sich gegen. Seine Identität ist irgendwie so eng verwoben mit diesem, ich bin der Führer von meinen Angestellten hier, ich habe die alle reich gemacht und die vergöttern mich ja auch alle total und die Entscheidung ist in gewisser Weise paradox, denn damit macht er sich zur Hauptzielscheibe vom FBI, nur um diese Position weiter einhalten zu können. Ja, ich meine, da sieht man wieder das Dividuum. Ein Teil von ihm ist vernünftig und weiß, wie man das am besten spielen sollte und ein anderer Teil sagt, scheiß drauf. Ich will hier einfach das meiste rausholen, was geht und solange diese Welle reiten, bis sie komplett zusammenstürzt und hoffentlich sterbe ich nicht in dem Weißwasser. Ja, was soll man sagen? Das kann man absolut nachvollziehen. Geld ist ja auch toxisch im Sinne von deiner ganzen Sinne, deine ganze Rationalität wird kurz ausgeknipst und du siehst nur noch das Geld. Geld ist hier absolut zum Zweck entfremdet und wirklich nur noch als Rauschmittel da. Ja, was ich mir überlegt habe, ist, wie kommt man denn da raus? Weil diese Identität, die hat ja generell auch eine Macht. Ich meine, wenn man sich vorstellt, Jordan Belfort war jetzt jemand, der hatte nie viel Geld früher, wollte unbedingt reich werden. Also, er hatte auch nicht, gar kein Geld, aber er ist halt so in einer durchschnittlichen Familie groß geworden, wollte unbedingt reich werden. Jetzt ist er es geworden und natürlich hat diese Identität eine Macht. Gleichzeitig könnte man sich vorstellen, wenn irgendwie ein Kind relativ schüchtern aufwächst, nicht so viele Freunde hat und auf einmal in der Pubertät wieder so ein Party-Animal, da ist es natürlich schwierig, dann irgendwann da rauszubrechen, auch wenn es aktiv kontraproduktiv wird. Ich hatte überlegt, was man da vielleicht machen kann, wenn man selber in so einer Situation ist, ist so ein Rückzug durch den Rollentausch, dass man einfach mal genau das Gegenteil auslebt. Weil während es am Anfang vielleicht genau das Richtige war, okay, ich habe nicht genug Geld, vielleicht sollte ich mich wirklich darauf voll fokussieren, Geld zu verdienen. Ich bin ein bisschen schüchtern, vielleicht sollte ich mich mal voll darauf fokussieren, rauszugehen und ein bisschen aus mir rauszukommen. Wenn es überschlägt, vielleicht muss man auch die gegenteilige Bewegung machen. Und im Beispiel von Jordan Belfort, vielleicht hätte er einfach mal seinen Job, seine Arbeit, sein Geld, seine ganzen Substanzen, seine ganzen Frauen einfach mal zwei, drei Wochen komplett, also hätte er davon komplett loslassen sollen und mal schauen, was für andere Züge seines Charakters sich noch entfalten könnten. Oft ist es ja so, dass das, was uns am meisten fehlt, uns auch am meisten abrunden könnte. Bin ich voll bei dir, bei dem letzten Satz, habe alles andere vor, finde ich. Ich weiß nicht, das klingt in der Theorie super, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Wenn das deine Identität ist, dort einfach wegzutreten, ist das Richtige, aber psychologisch fast unmöglich umzusetzen. Ich glaube, dass man sich vor sowas am besten schützt, indem man vorher bestimmte Maßnahmen trifft und da würde ich auf eine alte Idee zurückgreifen. Du brauchst von vornherein ein diverses Identitätsportfolio, damit eben nicht eine einzige Sache zu deiner Identität wird. Er hat sich ja kaum mit seiner Familie, mit seinem Kind und mit anderen Hobbys identifiziert. Geld machen an der Wall Street war das Einzige, was ihn ausgemacht hat und dementsprechend war es unmöglich für ihn diese Facette aufzugeben. Aber wenn er einerseits ein Investmentbanker gewesen wäre, und andererseits ein liebenswürdiger Vater, der bei den Fußballspielen von seinem Sohn zuschaut und das auch eine Identität gewesen wäre, dann hätte er mit dem Aufrechterhalten dieser einen Identität alle anderen Identitäten gefährdet. Und das wäre dann natürlich, da wäre also eine echte psychologische Gegenmacht ins Spiel gekommen. Aber bei ihm gab es einfach keine Gegenmacht. Wofür sollte er diese Identität denn nicht aufgeben? Er hat ja nichts anderes. Also allgemein würde ich sagen, ist es wichtig, dass man als Mensch sich nicht nur mit einer Sache identifiziert. Das ist auch psychologisch viel sicherer. Denn wenn du nur eine einzige Sache hast, was dich auszeichnet und du verlierst diese Sache, dann bist du laut deiner eigenen Wertevorstellung ein Niemand. Ist interessant. Auf der anderen Seite, ich bin bei dir auf jeden Fall, das ist die gesündere Art des zu leben. Auf der anderen Seite sind es ja oft diese Steppenwölfe, sage ich jetzt mal, die sich so voll auf eine Sache fokussieren, die es dann auch an die Spitze ihrer Kompetenzhierarchie schaffen. Du wirst ja wahrscheinlich gar nicht in seine Situation kommen, wenn du von Anfang an so ein sehr ausgeglichenes Leben hast. Und in diesem Fall war es jetzt negativ, aber wenn du, weiß ich nicht, der weltbeste Krebsforscher bist, naja, dann ist es für die Gesellschaft auch ganz gut, wenn du dich wirklich total darauf fokussierst und vielleicht nicht noch jeden Tag mit deinen Kindern Man muss sich nur klar machen, dass egal was du machst, auch wenn es etwas sehr Gutes ist wie der Krebsforscher, es kommt immer mit dem Preis. Das ist die Tatsache, dass wenn du diese Rolle aus welchem Grund auch immer verlierst, du psychologisch erstmal ziemlich verwundet wirst, weil es nichts anderes gibt, worauf du zurückfallen kannst. Ja, das stimmt. Aber was ich sehr interessant fand an dieser Szene war die moralische Komplexität des Ganzen anhand der Figur Kimmy. Ich meine, John Bayford ist ein absolut korrupter Hund. Er verdient sein Geld damit, indem er Leute abzockt. Gleichzeitig tut er auch viele gute Dinge mit seinem Geld. Kimmy zum Beispiel, die alleinerziehende Mutter, der bezahlt die Miete und auch das Schulgeld ihres Sohnes. Und dafür liebt sie ihn. Das erinnert fast schon ein bisschen an Pablo Escobar, der eine gewisse Robin-Hood-Figur für die Armen war. Er hat sehr viel Gutes mit seinem Geld gemacht, für die Armen. Gleichzeitig war Pablo Escobar, wie er sein Geld verdient hat, das wissen wir ja. Solche Menschen werfen da so eine interessante moralische Frage auf. Wie sollte man das Ganze bewerten? Die haben vielleicht durch korrupte Handlungen ihr Geld verdient, aber machen hinterher was Gutes damit. Was ist wichtiger? Das wie und warum der Geldquelle? Oder was hinterher damit gemacht wurde? Und wie sollte man das überhaupt gewichten, wenn man sagt, naja, man kann ja beides berücksichtigen. Ja gut, aber wie gewichtet man das? Es wirft eine unglaublich interessante moralische Frage auf und finde, da sieht man wieder, wie verhäkelt und verzwickt Moral doch ist. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich färbt es schon jede Handlung auch ein, wenn das Geld aus einer illegalen Aktivität kommt. Ja, aber wenn man da die Tür aufmacht, nur einen Spalt weit, dann macht man die Tür zu den sieben Höllen auf. Dann kann man alles legitimieren. Genau, das ist das Problem. Aber wenn jemand nun mal die Tür aufgemacht hat in der Vergangenheit und auch da rauskommen möchte, möchtest du denen ihr Leben lang etwas vorhalten? Zum Beispiel Kim Kardashian. Wie ist sie denn berühmt geworden? Durch ein Sextape. Das in einer Zeit, wo das Ganze noch ziemlich verpönt war. Heutzutage bei OnlyFans interessiert es keinen mehr. Aber so ist sie damals berühmt geworden. Wie ist ihr Vater berühmt geworden? Er hat O.J. verteidigt in dem klaren Mordfall. Jetzt kann man einerseits argumentieren, vor der Frau habe ich keinen Respekt, weil wer so berühmt wird, gut, die hat dann diese Berühmtheit und ihr Reichtum alles auf unehrliche Weise verdient. Und jetzt hat sie vielleicht legitime Businesses. Aber wie ist sie da hingekommen? Das kannst du nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite kannst du sagen, Mensch, wie lange willst du dir das vorwerfen? Kann Kim Kardashian nie eine gute Person werden jetzt aus deiner Sicht? Stehst du jetzt auf deinem moralischen Ross und wirst sie von immer beurteilen? Ich finde es schwierig. Ich finde, es gibt da für mich persönlich keine klare Antwort drauf. Wenn Kim Kardashian jetzt ihr ganzes Geld spenden würde, würde ich immer noch mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, naja, das Gänsegeld hätte sie gar nicht haben sollen, wenn sie von Anfang an moralisch gewesen wäre. Dann kann man sich auch fragen, wie viele unmoralische Dinge hast du in deinem Leben gemacht? Und profitierst heute noch davon, die du einfach wegratualisiert hast oder vergessen. Sollen wir das jetzt immer ankreiden? Es ist keine leichte Frage. Und auch da wieder, wie willst du es gewichten? Was, wenn du ein bisschen was Schlimmes gemacht hast, aber dafür sehr viele gute Dinge? Ja, es ist super schwierig. Und man will ja auch nicht direkt die Tür komplett zumachen, wenn jemand einmal einen Fehler gemacht hat, weil dann, wie soll er sich dann davon recoveren? Ja, ich meine, selbst Dave Chappelle hat dieses Thema in einem Sketch unglaublich witzig dargestellt. Er hat über Bill Cosby gesprochen, der ja sexuell sehr viele Gräueltaten verbracht hat. Aber gleichzeitig war Bill Cosby und hat sehr viele Menschen sowas Gutem inspiriert. Und daraus hat er eine Geschichte gestrickt von einem Superhelden, der vergewaltigen muss, um zu retten. Das ist halt Dave Chappelle und er zieht das Ganze absolut ins Lächerliche. Aber er meinte im Grunde, was für dieser Typ eine Person vergewaltigen muss, aber dafür 100 Vergewaltigungen verhindern kann. Das ist der Superheld. Und die Leute verstehen ihn nicht, weil er vergewaltigt mal Leute, aber er rettet dafür doch viel mehr. Ist das jetzt moralisch okay? Und Dave Chappelle auf seine typische Comedianart und Weise macht sich da super drüber lustig. Aber es ist ja auch eine moralische Frage. Das ist ja wieder dieser Utilitarismus versus Deontologie. Es ist inneren Schlechtes zu tun, aber manchmal kannst du mit inneren schlechten Dingen viel, viel Schlimmeres verhindern. Legitimiert es dann das Ganze? Da gibt es zwei Parteien, die einen sagen, auf gar keinen Fall, und die anderen sagen, naja, wir müssen ja praktisch denken. Ich bringe lieber eine Person um, um tausend Leuten dafür das Leben zu retten, auch wenn ich mich damit zum Mörder mache. Komplizierte Frage mal wieder. Ja. Und Jordan Balford bringt diese Frage natürlich auf die Spitze, weil er, obwohl bei ihm, er tut jetzt nicht so viel Gutes mit seinem Geld, aber er ist ja auch bestimmten Menschen gegenüber ein guter Mensch. Und die Frage da ist, soll man ihm das anrechnen? Er hat ja eher die Miete bezahlt und ihrem Sohn ermöglicht, zur Schule zu gehen. Aber er hat das Geld dafür geklaut. Bei ihm ist es, glaube ich, relativ klar, weil verhältnismäßig, für wie viel Geld er macht, ich glaube, er macht einmal 49 Millionen, im Jahr sind diese 10.000 Euro. Ja, aber auch da, inwiefern färbt die Menge seines Verdienstes die Güte seiner Handlungen hinterher? Ja, stimmt schon. Ja, das ist schwierig. Ja, ist schwierig. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass er, dass er Geld zu seinem größten Gott macht, in vielerlei Hinsicht. Am Anfang auch, wo er von seinen ganzen Substanzen spricht, da sagt er ja, es gibt eine Substanz, die ist besser als alles andere, wo er dann davon spricht, dass er ihn zu besseren Menschen macht. Und das ist Geld. Und für mich ist es sehr überspitzt dargestellt am Ende, als ihm dann schon die FBI auf dem Fersen ist und er mit seiner Mega-Yacht nach Italien segelt und von da immer noch das Business Manage mit seinem Telefon. Und dann sieht man dieses krasse Symbol der Super-Yacht, das Geld repräsentiert. Und jetzt muss er auf einmal, weil die Tante von Naomi stirbt, Hintergrundgeschichte ist jetzt nicht wichtig, muss er auf einmal nach die Schweiz. Und der Käpt'n sagt, eigentlich können wir da nicht durch, da ist ein Mega-Sturm, das ist echt gefährlich. Aber irgendwie kann er es nicht wegrationalisieren oder er rationalisiert es weg so rum. Er kann sich da nicht zurücknehmen und sagt, nee, wir fahren trotzdem. Es geht hier um mein Geld, wir machen das jetzt trotzdem. Und da habe ich an eine Stelle gedacht, wir haben ja neulich über den Steppenwolf gesprochen, das hat Hermann Hesse schön ausgerückt, würde ich kurz zitieren. Es ging ihm, wie es allen ergeht, was er aus seinem innersten Trieb seines Wesens als Hartnäckigste suchte und anstrebte, das ward ihm zuteil, aber mehr als für einen Menschen gut ist. Es wurde anfänglich sein Traum und Glück, dann sein bitteres Schicksal. Der Machtmensch geht an der Macht zugrunde, der Geldmensch am Geld, der Unterwürfiger am Dienen, der Lustsucher an der Lust. Und ich glaube, in diesem Fall ist Jordan Belfort Geldmensch und Lustsucher. Er hat ja wahnsinnige Substanzabhängigkeit. Und genau das wird hier dargestellt. Die Yacht singt, während sie singt, sagt er noch, ich werde nicht nüchtern sterben. Und anstatt sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, schickt er noch seinen Freund los, ihm noch Quaaludes zu holen, diese Substanz der Wahl von den beiden. Und das fand ich eine schöne, schöne überspitzte Darstellung. Was passiert eigentlich, wenn du eine Sache, in diesem Fall Geld und Lust, Hedonismus, zu deinem größten Gott machst? Ja, ich habe da in der Szene was anderes rausgepickt. Und zwar, manche Menschen sind so arm, das Einzige, was sie besitzen, ist Geld. Und es ist schade, dass man andere Formen des Reichtums in dieser Welt so schlecht zur Schau stellen kann. Ich muss zum Beispiel an Alex denken, meinen besten Freund, der jetzt gerade sich erholt von diesem großen Unfall, der meditiert seit Jahren, jeden Morgen eine Stunde. Das sind viel. Das ist viel. Aber da strahlt doch mittlerweile diese Seelenruhe aus, diese mönchsche Erhabenheit. Oder mein Kumpel Abdi, der seit er klein ist, innige Beziehungen zu Familien und Freunden gepflegt hat. Oder mein Barber Andi auf Bali, der täglich zweimal surfen geht und nur von seinen Kumpels umgeben ist. All diese Personen sind nicht im materialistischen Sinne reich. Und trotzdem sind sie reicher als viele Reiche, die ich kenne. Meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, dass die größten Reichtümer dieser Welt mit dem Auge unsichtbar sind. Und wenn das Einzige, was du angehäuft hast, Geld ist, dann bist du meiner Meinung nach ziemlich arm. Und das sieht man relativ gut an Jordan Belfort. Das Einzige, was er hat, ist Geld. Und dafür ist er bereit, sogar zu sterben. Darin ist er bereit, zugrunde zu gehen, weil er so arm ist und nur Geld besitzt. Aber es ist irgendwie ein Phänomen des Menschen. Uns ist es unglaublich wichtig, weil wir soziale Tiere sind, zu zeigen, wie reich man noch ist. Weil diese anderen Reichtümer, die wirklich viel mehr erzählen, die kannst du so schlecht zur Schau stellen. Man kann nicht zeigen, was man für gute Beziehungen hat. Man kann nicht zeigen, dass man moralisch mit sich im Reinen ist. Andere Menschen, die dich kennen, können das vielleicht sehen und spüren. Aber das kannst du jetzt schlecht auf Instagram posten. Weißt du, was ich meine? Dass du eine innere Ruhe hast, dass du deinen Fokus für dich behalten kannst. Wie willst du das denn zur Schau stellen? Nur Leute, die dich wirklich kennenlernen, sehen das. Aber der Rest sieht es nicht. Aber eine Superjacht, das steht jeder. Und da kommen auch die ganzen Likes. Und ich glaube, ein Grund, warum das so stark in uns verankert ist, ist, weil wir doch wirklich soziale Tiere sind. Uns ist es unglaublich wichtig, was andere denken. Ja, einen immaterialen Wert kann man schlecht in eine Story packen. Richtig, richtig. Aber trotzdem, ich meine, ich glaube, unsere Generation, die würden viel lieber ein Foto im Privatchat posten, als ein Foto mit der Omi. Wofür bekommst du mehr Likes? Das ist meine Omi, ich habe mich jahrelang um sie gekümmert. Ich habe eine unglaublich gute Beziehung zu ihr. Oder ich bin gerade auf einer Superjacht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und wir wollen das irgendwie, ich nehme mich da nicht selbst komplett raus. Wir sind nun mal soziale Tiere. Uns ist es wichtig, was andere von uns denken. Und Geld ist die Form des Reichtums, die du am leichtesten zur Schau stellen kannst. Das versteht jeder sofort. Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel drüber reden. Aber das ist mir hier aufgefallen bei dieser Szene. Ihm ist sein Reichtum so unglaublich wichtig, dass er bereit ist, dafür zu sterben. Ja. Und auch seine Frau und seinen besten Freund mit in Gefahr zu bringen. Ja. Also das ist wirklich jede Barriere überwunden. Geld wurde zum absolut größten Gott gemacht bei ihm. Und das sind die Gefahren. Das ist aber die Gefahren nicht nur bei Geld, sondern wenn du irgendetwas mit deinem größten Gott machst. Ja. Insbesondere bei Geld, vielleicht gibt es Dinge, die besser sind. Gut, am Ende wird er doch geschnappt. Wie es immer kommen musste. Und es gibt da diese interessante Szene, weil er hat ja die ganze Zeit gegen diesen einen FBI-Agenten sich so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und als er dann am Ende gewinnt und auch gegen seine eigenen Leute aussagen muss, da gibt es dann so eine Endszene, wo er im Gefängnis ist, aber eigentlich auch noch ganz gut lebt. Weil er hat immer noch Geld und im Gefängnis, naja, wenn du da Geld hast, da kommst du schon ganz gut zurecht. Und dann gibt es den FBI-Agenten, der in der U-Bahn nach Hause fährt. Das ist für mich die prägendste Szene im ganzen Film. Denn sie zeigt, die Welt belohnt unmoralisches Verhalten. Der Wolf of Wall Street ist das beste Beispiel dafür. John Belfort, einer der größten Scam-Künstler unserer Zeit, sollte für 20 Jahre ins Gefängnis. Was macht er? Er kooperiert. Kooperieren ist ein Euphemismus für er ist eine Ratte. Er verrät alle seine Freunde. Und dafür bekommt er nur 22 Monate. Nach 22 Monaten kommt er raus, immer noch stinkreich, heiratet noch ein paar Mal, hat jetzt eine Supermodel-Freundin, was 30 Jahre jünger ist. Also aus seiner Sicht lebt er sein bestes Leben. Er ist sogar ein Public Speaker. Jemand, der Menschenmassen inspiriert. Er hat das geilste Leben aus seiner Sicht. Und der FBI-Agent, der ihn durch ehrliche Arbeit geschnappt hat, wie heißt er überhaupt? Niemand kennt seinen Namen und niemand interessiert sich für ihn und er fährt immer noch mit der U-Bahn zur Arbeit. Da stellt sich doch einem wirklich die Frage, wie viel ist in dieser Welt Moral wert? Und das ist das, was religiöse Menschen meinen, wenn sie sagen, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse, wir leben in Satans Welt. Unmoralisches Verhalten wird oft in der Welt auch noch belohnt. Ich habe das Gefühl, dass man als guter Mensch sich nur mit der Idee von Karma trösten kann. In diesem Leben, früher oder später oder in einer zukünftigen Reinkarnation wird dich dein Karma schon einholen. Aber wenn du nicht an Karma glaubst oder an ein Leben danach im christlichen Sinne, da kann man schon verstehen, warum sich Menschen, Leute wie Jordan Belfort anschauen und sagen, wofür soll ich ein guter Mensch sein? Was sind denn Morale und Ideale überhaupt wert? Wer wäre ich denn lieber? Jordan Belfort oder der, der jetzt reich ist und sein Traumleben lebt und ein Public Speaker ist und der wird andauernd gebucht und alle lieben ihn? oder der moralische FBI-Agent, den niemand mehr kennt? Es ist schwierig, ein guter Mensch zu sein. Deshalb ist es auch so bewundernswert, wenn Leute Werte und Ideale in sich gefunden haben und auch danach leben, weil es nicht leicht ist in dieser Welt. Kann ich nichts hinzufügen. Das ist für mich, wie gesagt, die krasseste Szene. Jordan Belfort kommt raus, lebt sein bestes Leben und der FBI-Agent sitzt in der verdammten U-Bahn. Lies noch den Zeitungsartikel, wie er verknackt wurde und man sieht auch um ihn rum diese ganzen Anteil teilnahmslosen Menschen, die es noch nicht wirklich interessiert. Genau, genau. Er hat aber das Gute gemacht. Aber wofür? Niemand klopft ihm auf die Schulter, niemand interessiert sich dafür. Er kann halt bloß in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ein guter Mensch. Und nochmal, was ist das überhaupt wert? Und deswegen, wenn man diese Szene versteht, es ist nicht leicht, ein guter Mensch zu sein. Es ist viel leichter, ein Arschloch zu sein in dieser Welt. So zumindest die Idee, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Aber die ist ja auch tatsächlich, da gibt es ja viele Beispiele für. Das ist ein sehr populäres Beispiel natürlich, gerade auch, weil wieder die Rückschläge, die er dafür erlitten hat, so gering waren. Also so objektiv zumindest gesprochen. Ja gut, er war 22 Monate im Gefängnis, hatte da noch eigentlich ein relativ gutes Leben und ist jetzt wieder Millionär und hat glaube ich auch einen großen Podcast und was weiß ich nicht alles. Ja, und ist ein cooler Düden. Ich habe mich auch gefragt, mit wem würde ich lieber abends reden? Mit Jordan Balford oder mit dem FBI-Agenten, der ihn geschnappt hat? Wenn man ganz ehrlich ist. Wer ist der interessantere Typ von beiden? Aber jetzt kann man sagen, aber Jordan Balford ist so nach all den Kriterien, die ich hochhalte, ein Arschloch. Welcher Mensch verpfeift seine ganzen Freunde? Das macht man doch nicht. Vor allem, weil du doch das größte Arschloch von allen warst. Aber du wolltest nicht ins Gefängnis, also verpfeifst du einfach mal eben alle. Und dafür wurdest du auch noch belohnt. Und das heißt nicht verpfeift, das heißt kooperieren. Ich habe kooperiert. Retterwerk der Sprache. Ja, das klingt schon wieder so, als hätte er doch was Gutes gemacht am Ende. Er hat kooperiert. Es ist traurig, dass die Welt so funktioniert. Und ich ziehe umso mehr meinen Hut davor, wenn Leute wirklich gut sind, weil es nicht leicht ist und weil es unglaublich viele Versuchungen gibt, moralisch falsch abzubiegen. Ja, es gibt einem vielleicht nochmal eine andere Wertschätzung dafür, was es eigentlich heißt, wenn jemand wirklich ein guter, stabiler Mensch ist. Und oft wird das so als selbstverständlich wahrgenommen. Aber wenn man sich nur diese Anreizsysteme anschaut, die offensichtlich zum Teil existieren, da muss man da wirklich in den Hut nochmal besonders tief vorziehen. Und ja, das war ein gutes Takeaway für diesen Podcast. Alles klar, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bye, falls. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächstes 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 Woche. Bis zum nächsten Mal.